Zukunft Europas, Kurswechsel für ein gutes Leben. Das Thema des guten Lebens wurde an einem Abend hier schon diskutiert. Ich fasse die Fragestellungen in diesem Zusammenhang hier jetzt nochmal zusammen. Es kann einem ja erscheinen, dass das auch ein bisschen eine esoterische Fragestellung ist, weil gutes Leben ist das wirklich etwas, worauf Politik einen Zugriff haben soll. Für den einen ist es ein gutes Leben, am Abend ein Glas Rotwein zu trinken, für jemand anderen was anderes. Also in einer pluralistischen Gesellschaft mit verschiedenen Präferenzen kann man ja niemandem auch wieder vorschreiben, wie sein gutes Leben ausschein soll. Aber gleichzeitig wissen wir auch, wenn wir näher darüber nachdenken, dass es ein paar, nennen wir es so, objektivere Parameter für ein gutes Leben gibt, dass sozusagen über so plakative Zahlen wie Wachstum, BIP, nicht wirklich eingefangen werden kann. Wohlstand, Gleichheit, das ist ja gerade an Gleichheit oder Ungleichheit in einer Gesellschaft, Bildung, ja auch Freiheit, gute Arbeit. Vielleicht in diesem Zusammenhang auch so etwas wie Zeitökonomie, zu leben in einer ordentlichen Umwelt, Gesundheit, Sicherheit, Freiheit von Angst, Respekt, respektiert zu werden, dass seine Stimme gehört wird, innerhalb der politischen Demokratie, aber möglicherweise auch in der Arbeitswelt. All diese Fragen summieren sich dann möglicherweise doch auf so etwas, was man das gute Leben nennen mag. Das ist sozusagen jetzt meine kurze Einleitung, meine drei Worte zu Beginn. Ein bisschen mehr als drei Worte und jetzt will ich Ihnen schon das Podium heute vorstellen. Ganz links außen, Martin Allesbach, er war Leiter der Grundsatzabteilung der IG Metall, hat in dieser Funktion auch einen ganz großen Kongress in Berlin veranstaltet. Die IG Metall ist solche, nur er war federführend daran beteiligt, Kurswechsel für ein gutes Leben. Ich hatte das Vergnügen damals mit Martin gemeinsam ein bisschen an diesem Kongress mitzuarbeiten, der ganz viele Menschen versammelt hat, aus ganz vielen verschiedenen Zugängen und mit einer Abschlussrede von dem ehemaligen brasilianischen Präsidenten da Silva, also Lula, wir kennen ihn alle als Lula und Martin Allesbach ist jetzt Direktor der Europäischen Akademie der Arbeit in Frankfurt. Herzlich willkommen, ich bin froh, dass du da bist, Martin. Neben mir sitzt Barbara Placher, die ich Ihnen in Wien wahrscheinlich nicht vorstellen muss. Sie kennen sie alle. Sie ist eine politische Stimme in diesem Land, politische Publizistin in diesem Land. Sie ist im Zivilberuf Lektorin und Geschäftsführerin im Canin Verlag und sie ist eine unabhängige, nicht parteigebundene Sozialdemokratin. Das ist Barbara Placher. Barbara, ich freue mich, dass du hier bist. Barbara hat sich auch spontan bereit erklärt, durch den Ausfall, nach dem Ausfall von Birgit Mahnkopf, hier uns quasi in einer Keynote das Thema aufzureißen und sie wird gleich das Wort von mir bekommen. Als letztes darf ich vorstellen, Maxim Combes, er kommt aus Lyon hierher, er ist Aktivist von Attack in Frankreich und er ist in vielen Auseinandersetzungen der globalisierungskritischen und wachstumskritischen Bewegung der letzten 15 Jahre, hat er mir gesagt, involviert. Maxim, ich freue mich, dass Sie hier sind. Willkommen in Wien. Gut, damit ist ein Guteil meiner Arbeit schon erledigt. Barbara, du hast das Wort. Wie es dir lieber ist. Okay. So, dann vielen Dank, Robert, für deine einleitenden Worte. Ich höre zum ersten Mal, dass ich hier in Vertretung von Birgit Mahnkopf spreche. Das macht mich jetzt etwas nervös, weil das sind ziemlich große Fußstapfen. Gut, wie gesagt, es ist in aller Kurzfristigkeit passiert. Ich habe mich trotzdem bemüht, mir ein bisschen was zu überlegen. Denn Inputs, die irgendwie resümieren, was längst Kommonsens am Podium wie im Publikum ist, erst recht, wenn sie eine Diskussion in Gang bringen sollen, die sind recht entbehrlich. Das heißt, für diesen kurzen Einstieg habe ich mir vorgenommen, nur zwei zentrale Aspekte in den Fokus zu nehmen. Das ist eh schon mehr als genug. Einerseits die Gesellschaftsordnung, in der wir leben. Andererseits uns als sogenannte Intellektuelle in ihr. Im Kapitalismus gibt es keine Kluft zwischen Theorie und Praxis. Der Kapitalismus als System bringt eigentlich genau das hervor, was seine hohen Priester und hohen Priesterinnen immer prognostiziert haben. Bei Adam Smith, den man ja nun nicht gerade als linken Propagandisten kennt, finden wir ganz frei von jeder Sozialdemagogie in berückender Klarheit, worum es im Kapitalismus geht, wenn er schreibt, Zitat, wo immer es großen Reichtum gibt, gibt es große Ungleichheit. Für einen Reichen muss es mindestens 500 Arme geben. Der Überfluss der wenigen bedarf des Elends der vielen. Der Reichtum der Besitzenden erregt die Empörung der Armen, die nach seinem Besitz trachten, getrieben von beidem, Not und Neid. Nur unter dem Schutz des Staates kann der Besitzer eines solchen großen Vermögens auch nur eine einzige Nacht in Frieden schlafen. Smith ist nun auch schon gut 300 Jahre tot, aber in der Richtigkeit seiner Analyse hat sich grundsätzlich nichts geändert. Wie erst jüngst die umfassende Studie von Piketty einmal mehr nachgewiesen hat. Ich glaube, Robert, du hast das Buch sogar mit dabei. Reichtum entsteht also nicht im luftleeren Raum und was die einen besitzen, fehlt notgedrungen irgendwo den anderen. Und von selbst wird sich daran auch wenig ändern. Es ist daher nicht uninteressant, wie beharrlich sich lange Zeit auch viele Linke dieser so einfachen wie offensichtlichen Einsicht verschlossen haben und es stattdessen vorzogen, einen historischen Ausnahmezustand, nämlich das Nachkriegserober der 60er und 70er Jahre, isoliert zu betrachten und es zu einem noch dazu reichlich glorifizierten kapitalistischen Normalzustand zu erklären. Lassen wir den größten Krieg der Menschheitsgeschichte als notwendige Vorbedingung einmal ebenso außer Acht, wie den Umstand, dass die Zähmung der, nennen wir es Bestie, offenkundig nicht recht nachhaltig war. Immerhin könnten wir dann feststellen, ja, die Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums war in den 1970ern egalitärer als heute. Aber sie war deshalb keinesfalls gleich. Die Parole, alle können es schaffen, wenn sie sich nur ausreichend anstrengen, stimmte im Nachkriegspunkt genauso wenig, wie sie heute stimmt. Und wenn wir über die 70er Jahre sprechen, als Bezugspunkt, als Referenzpunkt, dann sollten wir aufhören, alles in lichten Farben zu malen und sie nüchtern als das sehen, was sie tatsächlich waren. Eine kurze Phase enormen Wachstums und vorübergehender erfolgreicher Umverteilung. Und ganz besonders, es erscheint mir auch in heutigen Debatten von zentraler Bedeutung, eine Ära von zentraler Bedeutung für die kulturelle Hegemonie des Kapitalismus. Indem die Wirtschaftswunderjahre scheinbar bewiesen, was im Kapitalismus möglich ist, hat sich besonders in den Köpfen von Menschen, denen damals der soziale Aufstieg gelungen ist oder die vom sozialen Aufstieg ihrer Eltern profitierten, die Vorstellung festgesetzt, dass es vielleicht doch möglich wäre, dem Kapitalismus zum Vorteil aller zu domestizieren. Eines kann man der gegenwärtigen Krise zugutehalten, mit dieser Illusion räumt sie gerade gründlich auf. Nicht erst mit der zögerlichen Bankenunion, den fehlenden gesetzlichen Regulierungen für den Finanzsektor nach dem Crash von 2008 und der neuen Blase, die sich gegenwärtig aufbläht, ist die Hoffnung auf eine freiwillige Besinnung der Akteure völlig utopisch. Gerade die immanente Krisenanfälligkeit ist ja zentrales Charakteristikum dieser Gesellschaftsordnung. Und das schließt nun drei Folgerungen mit ein. Erstens ist die Vorstellung, Kapitalismus funktioniere ohne immer neue Sphären der Kapitalverwertung, also ohne Wachstum, wahrscheinlich lebensfremd. Ebenso lebensfremd ist wahrscheinlich der Glaube, innerhalb des Kapitalismus könne der Umweltschutz als Geschäftsprinzip installiert werden. Stichwort Green Capitalism. Das System nimmt von sich aus keine Rücksicht. Auf Arbeitskraft oder Umwelt. Das ist nicht aus Dummheit, sondern vor dem Hintergrund der Verwertungslogik, in der Profit und ökonomische Macht immer mehr zählen, ja mehr zählen müssen, als Gemeinschaftsinteressen. Zweitens ist wahrscheinlich die Annahme verkehrt. Der Kapitalismus werde an seinen eigenen Widersprüchen zugrunde gehen und damit von selbst den Weg freimachen in eine neue, bessere Zukunft. Ja, es ist wahr, Krisen ungeheuren Ausmaßes sind notwendiger Bestandteil der herrschenden Gesellschaftsordnung. Aber zugleich hat der Kapitalismus in der Geschichte ja schon mehrfach seine ungeheure Wandlungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Auf die Krise fahrt der bisher immer noch eine Lösung, wenn auch zu einem ungeheuren Preis. Drittens heißt es Abschied nehmen vom Gedanken, dass Kapitalismus und Demokratie einander bedingten. Diese Vorstellung hat sich irgendwie etabliert, wie auch Wolfgang Streeck in seinem jüngsten Buch sehr schön nachgezeichnet hat. Er schließt kurz zusammengefasst damit, dass man sich nun entscheiden müsse, entweder für das eine oder für das andere. Jetzt ließe sich einwenden, dass im Unterschied zur Zwischenkriegszeit die Demokratie wenigstens in unseren Breiten mittlerweile als gesellschaftliches Ordnungsprinzip allgemein anerkannt ist. Tatsächlich nützt die Mehrheit ihre Macht aber offensichtlich nicht, um ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Die Befürchtung, dass sie das tatsächlich tun könnte, plagt den reicheren Teil unserer Bevölkerung schon seit längerem. Wer meint, sie hätten sich bislang eben umsonst gefürchtet, der denke ich irrt. Sie sind ja nicht untätig geblieben, im Gegenteil. Weite Teile des gesellschaftlichen Lebens haben sie von vornherein vom demokratischen Prinzip ausgenommen. Die Gleichheit des Menschen endet bis heute, ein bisschen historisch formuliert, am Werkstor. Die Verfassungen fast aller Staaten der Welt beinhalten den Eigentumsvorbehalt, Privatbesitz als Menschenrecht, das durch demokratische Verfahren möglichst nicht berührt zu werden hat. Und über den Umweg der Europäischen Union wurde die Enddemokratisierung in den letzten Jahren kräftig vorangetrieben, sei es nun durch die dogmatisch-neoliberalen Maastricht-Kriterien, durch den ungleich aberwitzigeren Fiskalpakt oder durch den jüngsten großen Streich, den Wettbewerbspakt. Und da sprechen wir noch gar nicht von der zutiefst undemokratischen Behandlung der Krisenstaaten im Umweg europäischer Finanzhilfen. In den Staaten, an denen die Krise aller rein sprachlich festgemacht wird, indem man sie und nur sie als Krisenstaaten bezeichnet, in diesen Staaten ist ein groß angelegter Laborversuch im Gange, wie weit sich Demokratie reduzieren lässt, während man gleichzeitig Armut und Perspektivenlosigkeit züchtet, ohne dass sich jemand wehrt. Und obwohl diese marktkonforme Demokratie, von der die deutsche Bundeskanzlerin Merkel spricht, wahrlich zum Fürchten ist, kommt der Widerstand vielerorts nicht wirklich in die Gänge. Wie die meisten Mitgliedstaaten wird auch das Europäische Parlament aller Voraussicht nach über den Mai hinaus konservativ bleiben. Und das Fehlen von Gegenwehr hat natürlich auch mit den fehlenden Alternativen zu tun. Markus Materbauer hat es in seiner Begrüßung kurz angesprochen. Weder Sozialdemokratie noch Grüne grenzen sich von der Institution tatsächlich nachhaltig ab. Ihre alternativen Visionen sind mittlerweile eingedampft auf ein und mit uns wird aber alles nicht ganz so schlimm wie mit den anderen. Und diejenigen, die den Widerstand organisieren könnten, kommen nicht wirklich in die Gänge und unterminieren, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht, mittelfristig ihre eigene Glaubwürdigkeit. Aber ich will es auch nicht dabei belassen, immer nur mit dem Finger auf andere zu zeigen. Ich habe von der Alternativlosigkeit gesprochen. Dass dem nicht widersprochen wird, ist wahrscheinlich die denkbar höchstentwickelte Form von Herrschaft. Die wahre Dominanz besteht nicht darin, dass sich niemand wehrt, sondern darin, dass sich die Menschen für so machtlos halten, dass ihnen schon der Gedanke, sich aufzulehnen, an den Verhältnissen auch nur zu rütteln, vollkommen absurd erscheint, völlig utopisch, extrem unmöglich. Und ein bisschen Verantwortung dafür, dass wir nun an diesem Punkt stehen, haben auch wir. Die sogenannten Intellektuellen, nach Kramschi also diejenigen, denen gesellschaftlich zugebilligt wird, intellektuell zu sein. Gut Gebildete spielen in jedem einigermaßen entwickelten Herrschaftssystem eine verhängnisvolle Rolle. Meistens waren und sind es gerade sie, die doch am ehesten über das geistige Rüstzeug zur Befreiung des Menschen verfügen, die erbittersten Gegner von Demokratisierung. Und bis zu einem gewissen Grad ist das ja auch naheliegend. Akademische Elite ist relativ geschlossen, zugleich verdanken die Gebildeten den Mächtigen ihrer Privilegien, ihr verhältnismäßig komfortables Leben und vergessen gerne und rasch, dass ihre auskömmlichen Positionen weniger Produkt ihres Könnens als ihrer sozialen Herkunft und auch ihres Wohlverhaltens sind. Die Elitenforschung spricht in diesem Kontext von Leistungsillusion. Unabhängig davon, wie eine bestimmte gesellschaftliche Position erreicht wurde, wird sie retrospektiv jedenfalls auf die eigenen Fähigkeiten zurückgeführt. Umgekehrt führt es auch zu einem Abwehrreflex gegenüber den Nachkommenden und zu einer nachgerade liebesdienerischen Identifikation mit denen, die einen höheren sozialen Rang bekleiden. Das konforme Verhalten der Gebildeten rechnet nicht einfach nur auf Belohnung. Es verschafft auch die Illusion von Macht. Die vorgebliche Avantgarde entwickelt also Abgrenzungsstrategien. Viele Versatzstücke aus diesem Depot der elitären Selbstbehauptung kennen wir, sind auch heute noch im Gebrauch. Von der akademischen Sprache etwa, die absichtlich so komplex ist, dass der eigentliche Inhalt kaum mehr zur Diskussion steht. Oder über zentrale gesellschaftliche Probleme, die wie weiße Elefanten im Raum stehen, die beharrlich ignoriert werden und deshalb zum scheinbaren Naturgesetz mutieren. Bis hin zu vulgären, unverhohlenen Denunziationen. Und die kommt ihr dann ganz vertraut daher. Etwa wenn man an den verbreiteten Vorhalt der Intellektuellen gegen den Populismus denkt. Auch in diesem Fall wird nicht der demagogische Gehalt einer bestimmten Position, nicht etwa, dass Fakten bewusst missverständlich dargelegt werden, kritisiert. Nein, nein, der Vorwurf besteht vielmehr darin, dass jemand, der es besser wissen müsste, Klammer, ein Mitglied der Elite, dem Volk, wohlgut der Masse, aufs Maul schaue. Eine üblere Denunziation der Demokratie und damit letztlich aller emanzipatorischen Ansätze lässt sich im Grunde gar nicht denken. Und zu diesen Anwürfungen kommen diverse Täuschungsmanöver. Etwa, dass man so tut, als ob Demokratie nur auf formale Entscheidungsprozesse beschränkt sei und materielle Rechte gar nicht erst umfasse. Ich fasse nochmal zusammen, bevor ich zum Schluss komme. Erstens, das Ziel eines umwelt- und menschenfreundlichen Kapitalismus ist wahrscheinlich nicht weniger utopisch als das einer tatsächlichen Wirtschaftsdemokratie. Wir müssten den Mut haben, das auch auszusprechen und unsere Politik systematisch davon ableiten. In der aktuellen Krise müssten wir also nicht etwa nur darüber streiten, ob man diese oder jene Bank in die Pleite schlittern lassen dürfe oder nicht, sondern wir müssten offensiv darum bemüht sein, zentrale wirtschaftliche Machtzentren wie die in die Hand zu bekommen. Für meine immer noch ideologische Heimat die Sozialdemokratie hieße das etwa auch damit aufzuhören, so zu tun, als bestimmte soziale Gerechtigkeit prima in der Möglichkeit, die Teilhabe am Konsum auszubauen. Wohlstand umfasst ebenso eine intakte Umwelt, gesundes Essen, öffentliche Mobilität. Der Umweltgedanke und die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit sind keine Gegensätze, sie bedingen einander. Drittens, es bedarf eines ganz pragmatischen Radikalismus. Wir können nicht umhin anzuerkennen, dass am Ende das herrschende Wirtschaftssystem das Problem ist. Wer behauptet, soziale Ungerechtigkeit beseitigen zu wollen, kann das letztlich nur durch eine Systemtransformation erreichen. Wir müssen uns, wie Keynes angeblich ironisch angemerkt hat, endlich vollständig von dem Gedanken lösen, dass widerwärtige Menschen aus widerwärtigen Motiven irgendwie für das allgemeine Wohl sorgen werden. Und viertens, Intellektuelle müssten radikale Pragmatiker sein. Unsere Aufgabe ist es, der Lüge von der Alternativlosigkeit entgegenzutreten und aufzuzeigen, dass es auch in den bestehenden Grenzen große Handlungsspielräume gibt. Von unseren gewählten Vertreterinnen und Vertretern müssen wir mit aller Unnachsichtigkeit einfordern, dass sie ihre Gestaltungsmöglichkeiten tatsächlich auch voll ausnützen. Und fünftens, statt uns weiterhin ein bisschen mit unserem Stilschweigen zu kompletten zu machen, wäre es unsere Aufgabe, auf all das und wahrscheinlich noch viel mehr ausdrücklich und lautstark hinzuweisen. Dankeschön. Applaus